für das heutige thema haben wir uns wieder mal einen ganz interessanten oder netten linkedin beitrag zu herzen genommen wo es um eins unserer lieblingsthemen geht würde ich sagen nämlich um meetings genau gesagt um den ominösen begriff eines produktiven beziehungsweise eines unproduktiven meetings und ohne um jetzt ganz ins detail zu gehen was in diesem beitrag gepostet wurde grundsätzlich ging es darum dass man unproduktive meetings vermeiden sollte und am besten folgende tipps befolgen sollte um seine meetings proaktiv zu machen und ein interessanter tipp der der tipp nummer eins war über den wir uns vermutlich auch schon lang unterhalten können war der tipp dass man eine ganz bestimmte meeting zeit einfach festlegt weil wenn man 22 minuten nimmt für sein meeting dann wird es automatisch produktiv so als erster tipp und das ist ja für alle die uns schon ein paar mal gehört haben geradezu so meeting themen wissen ja vielleicht dass das nicht unbedingt unser zugang wäre einfach die zeit festzulegen und automatisch zu hoffen dass dadurch etwas produktiver wird ich finde das wirklich spannend einfach also ich frage mich natürlich wie immer wie kommt man auf sowas wenn man sagt 22 minuten das ist jetzt die goldene regel um meetings produktiv zu gestalten erstens was hat ein produktives meeting mit der zeit zu tun das ist halt die erste frage die ich mir stelle weil es gibt natürlich sehr gut strukturierte meetings die schön vorbereitet sind und wo vielleicht sogar die teilnehmer vorbereitet sind und die können dann gerne mal eine stunde auch dauern wenn es halt so ist wie sie ist oder vielleicht auch einen ganzen tag oder eine folge von tagen wenn das irgendwie workshop charakter bekommt aber natürlich auch gibt es ganz viele meetings gerade von unseren täglichen meetings haben wir einige davon die dauern im zweifel sind sie mit 15 minuten eingestellt und manchmal dauern sie halt fünf minuten und manchmal vielleicht zehn minuten und manchmal überzieht man mit mit 17 minuten vielleicht einmal knapp aber alles bringt uns weg von den 22 minuten auch ergeben die 22 minuten auch keine volle stunde oder so um irgendwie zu argumentieren dass das macht man so den ganzen tag ich habe mir noch gedacht vielleicht soll es einfach darum gehen 22 minuten meeting acht minuten nach bearbeitung und vorbereitung auf das nächste meeting einmal noch auf die toilette gehen und weiter geht es ja ist natürlich ein interessanter zugang wenn man das tatsächlich so sieht wo in klammern quasi zu setzen wäre unsere frage die wir uns sonst stellen es ist dieses meeting überhaupt notwendig also wenn man tatsächlich so knapp seine seine meetings hintereinander schedule muss dass man bei 22 minuten den stift fallen lassen muss damit man das nächste meeting noch vor oder nach bereiten kann und noch eine kaffee oder toilettenpause klappt damit man pünktlich ins neue meeting kommt das aber genauso nur 22 minuten hat weil dieses hamsterrad sich dann weiter gerät also das quasi mal einfach in klammer gesetzt darum soll es jetzt gar nicht gehen vielleicht noch einmal das zum herausheben was du schon ein paar mal aus eigener erfahrung gesagt hast und was glaube ich auch ein sehr guter tipp ist für die praxis ist die die vor eingestellte kalender funktion oder die die kalender settings mal durchzugehen die man so im unternehmen verwendet oder in dem tool der wahl und vielleicht diese meeting zeiten mit denen sich mal ein bisschen zu spielen weil wir das jetzt selber gesagt dass der tendenziell ist es eher auf der negativen seite wenn man die zeit für eine meeting produktivität als messlatte hernimmt wenn man dann nämlich sagt ja man macht eine stunde dann gibt es vielleicht menschen die dann sagen ja aber wir müssen jetzt eine stunde lang sozusagen mieten weil es geblockt ist in meinem kalender aber gleichzeitig macht das die sache natürlich einfacher und damit können wir auch zu punkt zwei glaube ich auch aus dieser liste kommen wenn man das kurz hält und vielleicht ein 15 minuten block drinnen hat aber dafür dort die agenda passt dann ist es ja eigentlich egal was passiert weil ich arbeite ja sowieso die agenda durch und wenn ich die agenda schaffe in siebeneinhalb minuten dann gehe ich nach siebeneinhalb minuten weiter wenn ich dann wie du sagst der 17 bauche aber die agenda passt und ich habe sie durchgearbeitet dann bin ich ja auch glücklich und da ist halt der zweite punkt ist auch zur überraschung vieler um ein meeting produktiv zu machen sollte man eine agenda haben die man dann durcharbeiten kann was ein guter tipp ist würde ich mal sagen agenda ist ganz stark um zu beginnen um sich überhaupt mal gedanken zu machen wie dann meetings bei dir im unternehmen ablaufen und ich meine sitzt da ganz neue tipp der noch nie gehört wurde und nichtsdestotrotz gibt es natürlich trotzdem viele meetings da draußen die keine agenda haben und ja ich meine es ist ja nicht schlecht das zu erwähnen dass das halt schon sozusagen zu den hygieneregeln dazu gehört eine gute agenda zu haben lass mich vielleicht aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf die zeit ich glaube was er vielleicht sein 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 intens war dahinter also seine idee warum 22 minuten weil halt das kennen wir aus vielen aspekten man braucht oft so lange wie man sich zeit nimmt und dieser aspekt vielleicht wollte einfach nur den durchbrechen einfach zu sagen wenn du dir eine stunde zeit nimmst dann wirst du große überraschung auch oft 58 minuten brauchen oder eine stunde und fünf minuten und in dem moment wo du dir eben weniger zeit dafür vornimmst wirst du vielleicht überrascht sein wie oft es gelingt innerhalb von diesen 22 minuten etwas hinein zu quetschen und trotzdem ein sehr gutes resultat zu haben ist aber irgendwie finde ich eben trotzdem ein bisschen kurz gegriffen so warum kannst du nicht vorher dir einfach gedanken darüber machen wie viel zeit braucht es für das thema und das ist halt für viele themen wahrscheinlich sehr unterschiedlich ja im endeffekt passt es ja auch zu diesem agenda punkt weil das würde ich nämlich stark als die ganze vorbereitung sehen oder als als punkt für die vorbereitung und dann natürlich auch die führungskraft in in rein nehmen weil das ist die aufgabe der führungskraft so weit das team und die die punkte die anstehen zu kennen dass man weiß wann ein 15 minuten meeting angesetzt werden kann wann wir ein 40 minuten meeting brauchen und wann wir ein 90 bis 120 minuten meeting brauchen weil wie du selber gesagt hast am anfang ja wenn man das schön durch strukturiert und eine agenda hat und gut moderiert und und hart an einem thema arbeitet dann kann man auch 60 minuten mieten oder sogar eine workshop reihe machen wie du sie als beispiel gebracht das dann können sogar mehrere tage sein und trotzdem würden alle dass das meeting als produktiv bezeichnen also ich finde es auch sehr schwierig da das so pauschal sagen zu wollen mit ja die zeit ist eine gute messlatte ist es eben nicht sondern die einzige messlatte muss sein was möchte ich schaffen in der zeit die ich mit meinem team verbringen und wenn das 20 minuten sind dann sind es 20 minuten wenn es aber dinge gibt die länger diskussionsbedarf haben dann nehme ich mir halt auch die 60 minuten und was ja auch unser favorite tipp ist so bei bei der vorbereitung von besprechungen ist halt tatsächlich das team einzubeziehen und vielleicht dem team vorbereitungsmöglichkeiten zu geben weil ich als führungskraft die agenda schon vorgegeben habe und sage die vier punkte werden wir bearbeiten ich brauche von jedem die und die inputs damit wir da auch gleich ins arbeiten kommen das heißt das ist wieder so eine agenda und eine management geschichte die jetzt keine großartigen tipps bedarf sondern das ist die aufgabe der führungskraft das muss man anleiten und managen ich finde der wichtige punkt dabei ist auch noch du musst das haben wir in der letzten folgen erwähnt du musst auch nicht jedes meeting selber organisieren und gestalten gib die diese verantwortung aus der hand und gib verschiedenste meetings verschiedensten leuten auch wenn es zum beispiel nur dein team betrifft oder es kann auch gerne team übergreifend sein und viele meetings die sich eignen würden dass du sie anleitest und und hältst musst du aber nicht halten da gibt sehr schöne beispiele dafür und erstens bringst du sozusagen verantwortung zu anderen personen du nimmst von dir wertvolle zeit weg dieses meeting vorzubereiten du hast in dem meeting selber nicht diese moderatoren rolle auf also den hut auf von der rolle was wir schon auch letztens glaube ich wieder vermehrt besprochen haben dass es einfach ungeschickt ist selber entscheidungsträger zu sein moderator zu sein etc diese rollen ein bisschen verteilen und außerdem gibst du einfach den anderen möglichkeit sich zu etablieren zu üben besprechungen entsprechend anzuleiten besprechungen zu planen zu halten und all das was es halt braucht um ein verschiedenartiges team irgendwie zusammenzuhalten zu fördern und gleichzeitig du selber gehst nicht in arbeit unter was da auch noch als nächster punkt irgendwie dazu kommt der wieder auch in dieses verantwortung geben glaube ich sehr stark hinein fällt ist dass man irgendwie die konzentration beim meeting hält weil es ja dann unter anführungsstrichen dadurch produktiver wird also irgendwie handyverbot und keine e-mail sondern man arbeitet nur an den punkten wo glaube ich wieder das für mich da immer an dem falschen punkt angesetzt worden ist weil ich brauche ja nicht eine checkliste die alle befolgen müssen sondern ich möchte schon von vornherein eine kultur oder arbeitsprozess entwickeln die das mit sich bringen und wenn ich menschen vorgeben muss hey aber schau bloß nicht auf dein handy während der besprechung da muss ich mir eher die frage stellen wieso würden die menschen in der besprechung auf ihr handy schauen müssen heißt dass sie sind nicht engaged heißt dass sie haben keine keine möglichkeiten beizutragen heißt dass es ist für sie nicht relevant was in dem meeting passiert oder sind sie so überhäuft mit kommunikation außerhalb dann ist nämlich das auch wieder ein gutes learning wo ich sage okay wieso ist die person so überhäuft mit kommunikation also klar gibt es bestimmte bereiche wo man das vielleicht mehr managen muss also gerade die kommunikation mit kunden aber auch da haben wir schon mal darüber gesprochen dass man da dinge abgrenzen muss also man muss nicht zu 100 prozent erreichbar sein sondern man muss sich durchaus zeit nehmen um arbeiten zu können vielleicht fällt auch eine besprechung darunter also sind für mich dann irgendwie so so tipps die ich also ein bisschen fehlgeleitet sehe weil angenommen ich nehme diese tipps und gehe dann als führungskraft in mein team und sage hey diese acht tipps werden wir jetzt alle durcharbeiten dann wird es da keinen lerneffekt geben für mich als führungskraft nicht weil ich nicht über die arbeitsstrukturen nachgedacht habe weil ich nicht darüber nachgedacht habe wie mein team funktioniert wie meine besprechungen funktionieren und dann ist die frage ob das irgendetwas verbessert länger vollsteig ja ich finde das war ein guter hinweis von dir dass wenn das regelmäßig passiert dass man dann halt schon natürlich auch irgendwie darauf achten sollte was passiert denn da eigentlich im team wieso müssen die ständig an ihren nachrichten zu hängen oder wieso müssen die so dringend was fertig bekommen gleichzeitig habe ich aber auch in letzter zeit das gegenteil ein bisschen gesehen dass jemand gerade in so remote besprechungen oder in dem fall war es sogar hybrid was sehr interessant war weil der eigentlich der besprechungsleiter und und dem der dieses ganze thema an sich treibt war aus privaten gründen remote zugeschalten und eigentlich der rest vom team war im klassischen besprechungszimmer und gerade aus dieser position heraus hat aber probiert aktiv einzufordern dass diese ganzen laptops eben zugeklappt werden und im ersten moment habe ich ein bisschen schmunzeln müssen und habe mir gedacht ja irgendwie witzig dass er das so sagt und so aber auf der anderen seite war es total erfolgreich eigentlich weil ich glaube dieses meeting oder eben der ganze workshop tag bis dann war ist eigentlich einfach ganz anders abgelaufen als wenn er das nicht gesagt hat und du setzt halt damit irgendwie klar deine erwartungen noch mal durch du hast gemeint ja das hast du hoffentlich schon etabliert ja eh aber was ist wenn du gerade in dieser etablierungsphase drinnen bist ja dann musst du finde ich diese regeln durchaus irgendwie vorgeben setzen und natürlich auch entsprechend dann einfordern ja absolut also wie wie du es auch immer gerne sagst das ist immer eine eine frage der toleranz also was man tatsächlich akzeptiert in so einer geschichte aber ich finde dennoch was bei sowas immer ganz wichtig ist ist dass man nicht einfach nur eine art backrezept oder checkliste hat und die ohne reflektion worüber wir auch sehr gerne sprechen ohne zu reflektieren einfach nimmt und damit dann überträgt also gerade wenn ich jetzt eine neue führungsgraf bin oder eine junge führungsgraf die das erste mal in so eine rolle kommt dass hey du hast ein team und du musst jetzt besprechungen machen oder du managst jetzt besprechungen dann ist es für die entwicklung für die führungsgraf selbst und für das team glaube ich nicht sonderlich gut wenn man da einfach eine checkliste an die hand bekommt und sagt ja schedule einfach 22 minuten besprechungen mach eine agenda von vier punkten dann sag allen menschen es ist handyverbot dann sag allen menschen sie sollen aufpassen man darf sich nicht hinsetzen wir stehen alle quasi nur da und besprechen ich weiß jetzt nicht was die anderen tipps waren aber quasi vom verständnis her geht das in eine richtung von das sind vorgaben die du machst ohne dass du tatsächlich dann überhaupt mal darüber nachgedacht dass welche prozesse stehen denn da dahinter und das finde ich so eine sache die in dieser ganzen in dieser ganzen entwicklungsgeschichte halt eher eher also nach hinten losgehen kann weil man da keine kultur entwickelt oder auch das eigene führungsverständnis einfach nicht richtig schulen und entwickeln kann würde ich sagen ja vollkommen richtig der letzte punkt mir noch eingefallen ist dass du pünktlich starten sollst ja und da ist natürlich auch ich meine ja ein klassiker und ich finde auch da ist wieder was du halt akzeptierst es ist natürlich sagt sich das leichter als es dann ist aber du kannst halt schon mit der zeit glaube ich eine kultur etablieren wollen jeder weiß derjenige hasst das einfach wenn man zu spät kommt und dann glaube ich schon dass sich die meisten mehr bemühen werden entsprechend zu kommen und es ist natürlich auch teilweise in der firmenkultur inwiefern ob das normal ist dass alle zehn minuten zu spät kommen und auch das ist wieder ein symptom dafür dass üblicherweise die meetings zu lange dauern eben zum beispiel bis 15 uhr geplant sind und um 15 uhr geht das nächste meeting los ist aber leider im bauteil schräg gegenüber und man muss einmal fünf minuten dort überhaupt hingehen ja das ist halt auch die frage eben wie wie widersprüchlich sind halt teilweise solche tipps weil bin ich jetzt dann auf die zeit fokussiert oder geht es dann um die pünktlichkeit per se weil es ja eben irgendwie die punkte hängen ja für mich so alle zusammen für das verständnis von besprechungen weil wenn ich nämlich mein ganzes team inkludiere in die planung und die durchfolge einer besprechung dann haben alle ein incentive pünktlich da zu sein das heißt dann muss ich nicht sagen sei bitte pünktlich da weil es moderiert ein anderer teamteil das heißt dann musst du schon mal da sein dann haben aber alle teamteile oder teammitglieder haben schon ihren beitrag geleistet in der vorbereitung und wissen aufgrund der agenda punkte die halt im voraus schon bearbeitet wurden was besprochen wird das heißt auch da ist wieder ein incentive da dass ich halt komme weil ich ja beitragen muss das heißt für mich sind das irgendwie so punkte wo ich mir denke vielleicht weniger mit checklisten arbeiten und mehr mit irgendwie verständnisfragen arbeiten mit ja aber wieso müsstest du eine zeit setzen wieso wäre es wichtig dass alle aufpassen oder wie oder was heißt denn dass das menschen nicht aufpassen wieso kommen denn menschen zu spät wieso arbeitet niemand mit wieso gibt es denn eine wieso gibt es denn keine agenda oder wieso hat niemand einblick auf die agenda bevor sie hinkommen also das sind für mich alles eher leidfragen die man da eher in in listen stecken sollte und nicht irgendwie so handlungsanweisungen ja vollkommen richtig ich wollte noch mal auf die punktlichkeit hinweisen dass die natürlich nicht nur am anfang ist sondern auch und da hauptsächlich beim versprechungsleiter liegt auch die pünktlichkeit rechtzeitig zu enden weil sonst eben genau das rauskommt was ich vorher implizit gesagt habe dass deine deine verzögerung am ende der besprechung dafür sorgt dass die leute nicht rechtzeitig zur nächsten besprechung auftauchen können ja haben wir das vorher schon gesagt mit den mit den default besprechungen ich glaube du hast so ein bisschen durch die blume gesagt aber lass uns das noch mal explizit machen es ist einfach wir haben schon gesagt so viel zeit wie man sich nimmt so viel braucht es auch und das zweite dass hat viele einstellungen die per standard oder per default sind halt auch gewählt werden also wenn da irgendwo bei einem formular darunter angehakt ist dass du die newsletter willst dann tun weniger leute weg klicken als sie ihn hinklicken würden und genauso ist es halt bei deiner besprechungsdauer auch outlook schlägt ihr standardmäßig eine halbe stunde vor google meet sogar eine stunde und jetzt ist die chance natürlich groß dass dann auf einmal meetings immer für eine stunde angesetzt sind obwohl das gar nicht notwendig ist und da machst du dir das leben viel leichter wenn du einfach für dich und deine leute irgendwie etablierst dass sie alle ihre default einstellungen auf zum beispiel 15 minuten heruntersetzen weil dann entweder ist das meeting kurz sogar kürzer als seine 22 minuten oder du hast zumindest eine aktive und bewusste entscheidung getroffen warum du weiß ich eine halbe stunde brauchst und das sollte doch wesentlich effizienter dann sein im sinne des ganzen genau und vielleicht noch abschließend da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins detail gehen das ist wahrscheinlich mehr so eine philosophische frage die wir immer wieder nur anklingen lassen aber es ist natürlich ein interessantes gedankenexperiment wenn man so ein thema herleitet und dann gibt es ja diverse statistiken die man anführen kann wo es dann heißt dass meetings oder unproduktive meetings halt sehr teuer sind keiner mag eigentlich besprechungen und trotzdem macht man das und deswegen gibt es dann checklisten mit denen alles besser wird wo wieder meine probleme damit sind einfach dass da keine fragen oder reflektionsmöglichkeiten dahinter sind sondern man gibt einfach handlungsanweisungen aber was halt so eine generelle frage dann ist ist es für alle teams oder setups oder settings wie auch immer szenarien überhaupt notwendig besprechungen zu führen und das ist natürlich eine sehr große frage mit ja aber was meinst du mit notwendig besprechen wie sollen wir arbeiten ohne besprechungen führen zu können aber genau das ist ja der spannende punkt wo man mal beginnen kann ein bisschen vielleicht auch innovativ zu denken und sich zu überlegen wie arbeiten denn menschen zusammen wie arbeitet mein team zusammen wie werden probleme gelöst wie werden probleme gebracht wie werden probleme weiterentwickelt wie gibt es neue ideen wie gibt es brainstorming und natürlich kommt man vermutlich zu einer zu einem ergebnis dass es bestimmte meetings geben muss weil man vielleicht gemeinsam brainstormen muss und kreative arbeit leisten sollte aber trotzdem bringt das glaube ich einen schon mal ins richtige mindset dass man nicht alles in eine besprechung packt einfach nur weil ja eine besprechung haben wir halt und die ist einfach gescheduled und dann kommen einfach alle in den raum ja es ist einfach wie du andeutest auch auch regelmäßig besprechungen zu hinterfragen gerade die die regelmäßig stattfinden und die nicht einfach als gegeben hinnehmen und das als warnzeichen zu nehmen all das was wir jetzt erwähnt haben ja leute phasen komplett aus aus der besprechung andere schauen in den laptop rein irgendwer bearbeitet am handy seine e-mails das sind einfach alles zeichen dass diese besprechung ihren zenit überschritten hat genau gut ich glaube da haben wir einen kurzen ein round oder roundabout gemacht um diese ganze meeting frage die wir immer wieder gerne besprechen aber ich glaube es schadet nicht da ein paar punkte herauszuheben wie man denn vielleicht an dieser reflexionsfragen rangeht zu besprechen ganz genau ja vielen dank fürs zuhören und freue mich schon aufs nächste mal bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.